Freien Demokraten ist das Thema Bildungsgerechtigkeit schon immer sehr wichtig gewesen. Denn Bildungschancen von jedem Kind dürfen nicht vom Geldbeutel der Eltern abhängen. Und dafür haben wir zahlreiche Initiativen und Maßnahmen hier in Nordrhein-Westfalen gestartet. Unter anderem unseren Schulversuch Talentschule oder den schulscharfen Sozialindex. Jetzt in der Corona-Krise hat sich die Situation tatsächlich noch verschärft und die soziale Schere ist noch weiter auseinandergegangen und das macht uns große Sorgen. Deswegen steuern wir zum Beispiel nach mit Leihgeräten für Schülerinnen und Schüler, die sich kein Endgerät leisten können, damit sie auch keine großen Bildungslücken erfahren und weiterhin mithalten können und ihre Bildungschancen gesichert sind. Dafür kämpfen wir hier jeden Tag, auch am dritten Advent. Und ich nutze die Gelegenheit und sage einen schönen dritten Advent, eine schöne Vorweihnachtszeit und bleiben Sie gesund.